So, erste Runde geht los, wir spawnen. Und das Wichtigste ist natürlich direkt Waffe, 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 Waffe. So, jetzt werde ich hier gleich Gebrauch machen von meiner unsichtbaren Fähigkeit. Guck mal, guck mal, guck mal. Und da haben wir schon den ersten Kill. Ich weiß gar nicht, wie er sich jetzt selber nochmal retten kann. Irgendwie nach einer Zeit belebt man sich, glaube ich, wieder, so war das. Aber ich kann hier doch ganz einfach auffressen. Wow, 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 wow. Oh, scheiße. Jetzt bin ich enthüllt, weil ich einen Zivilist getötet habe. So einen kleinen Bot, den man auftrinken kann. Jetzt bin ich für alle sichtbar. Aber wer hat auf ihn geschossen? Oh, okay. Jetzt kann ich einmal kurz abhauen. Oder auch nicht. Kann er Bombe werfen. Aber ich bin immer noch für alle enthüllt. Ja, das war jetzt mein Problem. Ich habe diesen Zivilisten angeschossen. Das war mein Fehler. Und ja, so schnell kann auch mal eine Runde vorbei sein, weil hier gibt es kein Wiederkommen, nichts. Das war aber mein Fehler. Ich habe da einfach auf so einen Zivilisten geschossen. Und ja, dann wird man für 60 Sekunden komplett für alle sichtbar auf der Map. Also man muss schon aufpassen. Finde ich ganz cool eigentlich. Oh, er wird von unten komplett genommen, der Junge. Ja, schade, das waren übrigens auch zwei. Ja, aber so schnell geht doch mal so eine Battle Royale-Runde vorbei. Aber das finde ich ja das Geile am Battle Royale. Es ist dieses Digga, du musst überleben. Du darfst keinen Fehler machen. Aber trotzdem, wir haben uns den ersten Kill sofort geschnappt. So, Runde geht los. Oh, da sind solche. So. Ich werde ihn jetzt nicht auffressen. Das kostet zu viel Zeit. Ich werde ihn auch... Oh, scheiße, der hat da ja einiges. Wieder angeschossen hätte. Oh, scheiße, da kämpfen mehrere. Da werfe ich dann erstmal mein Ding hin. Meine Falle. Halt mich mal ein bisschen raus. Oh, das gab ein paar Headys. Jawohl, ich hab ihn. Muss jetzt hier aber weg. Ich muss ihn aber finishen. Nein, da ist aber noch einer. Warum mach ich mich nicht? Ach, ich hab mich zu spät unsichtbar gemacht. Zack, los geht's nächste Runde. Oh, da ist einer. Er läuft mit mir hoch. Ja, er ist tot, weil er in das Gas gelaufen ist. Tue ich mir selber auch Schaden an in den Gas? Kann ich ihn auffressen? Sehr gut. Lassen wir mal einen Easy-Cut. Aber er hat auch nur Schmutz. Ach, da. Aber ich glaube, ich höre hier bei mir ein. Ja. Oha, wie viel Leben hat der Digi? Tschüss. Oh, shit. Hier ist einer ganz, ganz nah. Ganz, ganz nah. Komm, komm. Heilen, heilen, heilen. Spritze noch mal mitnehmen. Hier wurde irgendwie getötet. Ich mach mich unsichtbar. Hm. Hier hat doch irgendwas hochgeschossen. Ich hab doch die Schüsse gesehen, Digi. Oh, shit. Der hat mich erschrocken. Oh, und er macht Dings. Ich mach mich mal kurz unsichtbar. Ich hab noch 5 HP, Digi. Alter, war das knapp. Spritze rein. Scheiße, ich hab keine Ahnung mehr. Ich hab gar nichts mehr. Okay, das war's. Scheiße, der kommt mit mir her sogar. Oh, hier ist irgendwas Fettes. Oh, Blutbeutel. Ganz wichtiges Ding. Fress, 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 mein Junge. Aber trotzdem hat er mich ganz schön platt gemacht mit seiner Fähigkeit und mit seinen Schüssen. Ich hab nicht gut gespielt. Auch noch was. Da bin ich voll. Ich brauch wieder... Ach, da hab ich meine Falle hingeworfen. Kannst alles nachladen. Ähm, da ist irgendwo ein Gegner, wird angezeigt. Ah, ja. Er hat irgendwie einen Zivilisten. Ach, ja, stimmt. Ich kann ja auch Leute aussaugen. Dann krieg ich auch wieder HP. Vergiss das immer, ne? Habe ich ihn? Ja. Er wollte sich grad unsichtbar machen und abhauen. Ich fress ihn auf. Wenn natürlich jetzt ein Gegner kommt, das ist auch fressen gefährlich. Aber ich hab's geschafft. Oh, warte mal, der hat doch Rüstung. So kann ich die nicht nehmen. Natürlich Rüstung. Ganz wichtiges Ding. Sehr nette Runde bisher. Tod. Oh. Schnell auffressen. Oh, er hat ja sogar ein Dings. Jawohl, schön. Wichtig. Wichtig. Scheiße. Ich sterbe. Ich muss ihn auffressen, weil ich in dieser Giftwolke bin. Wichtig. Er hat da nämlich auch eine Falling geworfen. Alter. Wäre ich fast gestorben beim Aussaugen. Ich hab leider kein... Ähm, wie heißt es? Keine Armor mehr. Aber erst mal in die Zone rein. Okay. Vor mir geht's wieder ab. Da unten ist Power. Ach, da oben. Okay, ich bin aber in der Zone. Das ist halt die Frage, was machen wir? Ich hab noch keine passiven Fähigkeiten aufgesaugt. Oh, egal. Brauchen wir noch nicht unbedingt. Ich werde hier das Gebäude einnehmen. Weil das ist in der Zone oben. Also die Kämpfe sind... Okay, da ist einer. Komm hoch, Digi. Okay, das war schlecht von mir. Oh, das war knapp, Digi, mein HP. Das war gut geplayt, dass ich unsichtbar gemacht habe. Da hab ich ihn noch verwirrt. Ganz wichtig, das Aufsaugen. Ganz wichtig. Aber auch er hat kein... Digga, das war wichtig. Der Kampf war... Der Kampf war richtig wichtig. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, das hab ich aber so auch noch nicht gesehen. Diesen letzten... Ist hier noch irgendwo... Armor, Digi. Armor. Boah, was ist hier denn? Vier Leute gucken mir zu. Sechs noch am Leben. Sechs Kills, Alter. Beste Game. Ach, Digi. Er macht mich blatt. Nein! Doch! Ich hab ihn! Ich muss hoch. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Nein! Ich muss nicht hoch. Ich sterbe. Jetzt ist die Frage, krieg ich jetzt den Kill oder nicht? Anscheinend nicht. Hat der sich jetzt nochmal regeneriert? Ich hab nicht den Kill bekommen, Digga. Der hat's echt geschafft. Da oben ist er wahrscheinlich. Weiß nicht, ob er das ist. Ach, Digi. Das ist ja lächerlich. Können wir unsichtbar machen. Alter, muss man hier laufen mit der Zone. Ja, keine Chance, Digi. Ich muss laufen. Hoch. Ach, schade. Aber nice, Leute. Aber nice. Guck mal, das rote Gas nimmt mich komplett. Wie hat er denn das eben noch mit dem roten Gas geschafft? Also, ich werde ja noch nicht mal regeneriert im roten Ding. Wieso hab ich denn dann den Kill nicht bekommen? Also, ich kann es dir nichts machen. Aber. Nice. Vierter von 44. Da nehm ich alles zurück. Ja, aber okay. Mein Rekord. Sechs Kills. Ja, und ich find, das macht einfach Bock. Ich weiß nicht. Dieses ganze Spielgefühl, mir macht dieses Game richtig Bock. Habt ihr jetzt erstmal meine ersten drei Games gesehen. Und ich spiel weiter, Alter. Mir macht's Bock. Und Kollege kommt leider erst morgen. Der hat heute Geburtstag. Grüße gehen raus. Und morgen werden wir das dann auch mal hier, wenn ich auf F2 drücke. Im. Im. Vielen Dank.